hey leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video. ihr seht heute, ich will heute heute werde ich wahrscheinlich nur grundieren mit weißer farbe, die ich auch habe. zur notfalls die lehrt habe ich hier noch weiße farbe, hier und sagen wir legen wir los. so, ich werde das wahrscheinlich auch noch in den speed modus packen, weil ich schon gar kein Bock habe, jetzt das alles aufzunehmen, weil ich sowieso, weil mein speicher fast voll ist und nur fünf minuten das video gehen darf, weil es sowieso noch immer so richtig lang dauert, wenn es hochlädt. und ich muss es halt auch noch schneiden. ihr könnt halt auch noch, wenn ich ihn gleich fertig grundiert habe, noch hier farben, farbverschläge, die kombi schreiben, welche farbe er kriegen soll. ja, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn er fertig ist. so, er ist jetzt fertig grundiert. ich kann ihn jetzt nur noch nicht richtig anfassen, weil er noch hier, weil er noch nicht trocken ist, aber bald gibt es auch ein repaint update von meinem neuesten repaint. ich habe wieder zwei neue repaint am start. das eine ist ein bisschen hässlich, naja. auf jeden fall schreibt mal farbverschläge in die kommentare. hake. so, ja dann war's auch. ciao! so, ja dann war's. so, ja dann war's. so, ja dann war's. so, ja dann war's.